Der Vormärz. Eine wichtige Epoche der deutschen Geschichte, welche Folgen die Ermordung des Schriftstellers August von Kotzebüh hatten, warum sieben Göttinger Professoren plötzlich nationale Heldenfiguren wurden und wieso das Elend der schlesischen Weber das ganze Land ergriff. Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Als Vormärz wird die Zeit zwischen 1815 und der Märzrevolution 1848 bezeichnet. Viele Bürger waren von der Restauration im Deutschen Bund enttäuscht. Sie gründeten Burschenschaften und forderten die Gründung eines deutschen Nationalstaates mit Freiheits- und Grundrechten. Die Fürsten reagierten auf diese Bewegung mit Zensur, Bespitzlung und Repression. Im frühen 19. Jahrhundert war der deutschsprachige Raum, also der Rheinbund von Napoleon Bonaparte und französischen Truppen besetzt. Einerseits galt Napoleon als Befreier, indem er liberale Reformen einführte. Andererseits wurden die französischen Besatzer als Unterdrücker betrachtet. Die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 beendeten Napoleons Vorherrschaft in Europa. Neben den Soldaten, die im Dienste ihres Fürsten standen, beteiligten sich auch viele Freiwillige, wie zum Beispiel Studenten, an den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Die auf freiwilliger Basis entstandenen Truppen nannte man Freikorps. Aus dem Befreiungskampf erwuchs ein deutsches Nationalbewusstsein. Auf dem Wiener Kongress einigten sich die europäischen Fürsten jedoch auf die Restauration und ein Gleichgewicht der Mächte. Die Wünsche nach Freiheit und Nation wurden abgelehnt. Mit dem Deutschen Bund gründeten sie 1815 einen lockeren Staatenbund. Napoleons liberale Reformen wurden rückgängig gemacht. Seit 1815 gründeten Studenten sogenannte Burschenschaften. Burschenschaften waren geheime Studentenverbindungen, in denen Studenten ihre politischen Forderungen zum Ausdruck bringen wollten. Sie wurden zunehmend politisch aktiv und ihre liberalen und nationalen Forderungen brachten sie anschließend auf dem Wartburgfest im Jahr 1817 zum Ausdruck. Weitreichende Folgen hatte die Ermordung des antiliberalen Schriftstellers August von Kotzebü durch Karl Ludwig Sand im Jahr 1819. Den Fürsten, insbesondere Metternich, lieferte dieses Attentat einen willkommenen Anlass für radikale Unterdrückungsmaßnahmen. Mit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 ließen sie Burschenschaften verbieten und politische Schriften einer Zensur unterwerfen. Verdächtige Professoren wurden an den Universitäten bespitzelt und aus dem Dienst entlassen. Man sprach von einer Demagogenverfolgung. Im Jahr 1830 brach in Frankreich die Julierevolution aus. Der Sturz der Bourbonendynastie verlieh der liberalen und nationalen Bewegung im Deutschen Bund neuen Aufschwung. Bourbonen waren ein französisches Adelsgeschlecht. Es stellte über mehrere Jahrhunderte die Könige in Frankreich, doch im Jahr 1830 endete ihre Herrschaft. Eine breite Allianz aus Arbeitern, Handwerkern und Studenten zwang nach dreitägigen Barrikadenkämpfen in Paris, König Karl X zur Abdankung. Neuer König wurde Louis Philippe, welcher durch seine liberale Regierungspolitik die Julimonarchie einleitete. Das Ereignis stärkte das liberale Bürgertum weit über die französischen Grenzen hinaus. Auf dem Hambacher Fest 1832 versammelten sich knapp 30.000 Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zu einer politischen Massenkundgebung. Sie forderten den deutschen Nationalstaat, eine Verfassung und Grundrechte. Zu den Grundrechten gehörten Meinungs- und Pressefreiheit, politische Mitbestimmung und rechtliche Gleichheit vor dem Gesetz. Die schwarz-rot-goldene Flagge wurde zum Symbol der Einheit und Freiheit. Die Fürsten reagierten auf dieses Ereignis mit verschärfter Repression. Das bedeutet, die Fürsten ließen politische Anhänger der Burschenschaften polizeilich verfolgen, entließen verdächtige Professoren aus ihren Diensten an den Universitäten und vertrieben diese ins Ausland. Im Jahr 1833 versuchten Studenten die Hauptwache in Frankfurt zu stürmen, um anschließend das Gebäude des Bundestages zu besetzen und die Republik auszurufen. Dieser Putschversuch scheiterte und zwang viele Aufständische zum Exil ins Ausland. Im Mitgliedsstaat Hannover war 1833 eine Verfassung eingeführt worden, welche König Ernst August im Jahre 1837 wieder aufheben ließ, da er sich nicht an die Verfassung gebunden fühlte. Daraufhin reichten sieben Göttinger Professoren schriftlich Proteste ein und erklärten, sich weiterhin an die Verfassung gebunden zu fühlen. Hunderte Studenten stellten sich hinter die Göttinger Sieben und verfassten Abschriften ihres Protestbriefs. Die sieben Professoren wurden zwar aus ihren Ämtern entlassen, doch ihre politische Wirkung machte sich im gesamten Deutschen Bund bemerkbar. Ihr gewagter Protest ermutigte die Menschen zu verstärktem Widerstand gegen die herrschenden Fürsten. Nicht nur das Bildungsbürgertum wehrte sich gegen die Unterdrückung der Fürsten. Auch Arbeiter und Bauern forderten bessere Lebensbedingungen. Im Jahr 1844 meuterten in der Provinz Schlesien zahlreiche Heimweber gegen die Lohnkürzungen der Verleger. Sie plünderten und demolierten die konkurrierenden Fabriken. Das daraufhin einrückende preußische Militär schlug den Aufstand brutal nieder. Es gab mehrere Schwerverletzte und Tote. Der schlesische Weberaufstand erweckte eine große Aufmerksamkeit im Deutschen Bund. Die soziale Frage wurde nun von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. Die wachsenden politischen und sozialen Missstände führten schließlich im Jahr 1848 zum Ausbruch der deutschen Revolution. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Der Wiener Kongress war ein Rückschlag für die weit verbreitete Hoffnung auf eine deutsche Reichseinheit und löste einen Kampf zwischen nationalliberalen Bürgertum und den Monarchen aus. Zunächst leisteten besonders die Studenten durch ihre Burschenschaften Widerstand und brachten auf dem Wartburgfest ihre Forderungen zum Ausdruck. Die Obrigkeit reagierte daraufhin mit den Karlsbader Beschlüssen, durch die Professoren bespitzelt und die Zensur verstärkt wurde. Auftrieb erhielt das Bürgertum durch die französische Juli-Revolution 1830, woraufhin sich 1832 tausende Menschen zum Hambacher Fest versammelten und einen deutschen Nationalstaat, eine Verfassung und Grundrechte forderten. Der Frankfurter Wachensturm und der Brief der Göttinger Sieben waren zu dem Ausdruck eines akademischen Protests, während der Aufstand der schlesischen Weber die soziale Frage ins öffentliche Bewusstsein rückte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier geht's jetzt direkt weiter mit spannenden Videos zum Vormärz. Bis gleich!